Hey hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute werden wir was interessantes machen und das könnte vor allen Dingen auch was für Leute sein, die ein Balkonkraftwerk haben und zwar geht es darum, dass wir hier zwei Shelly Produkte, wie soll ich sagen, miteinander kommunizieren lassen und warum und weshalb kann ich auch erklären. Ich habe eine Powerbank, ich blende da mal gleich ein Foto hier ein und diese lade ich zurzeit jetzt im Winter, wenn die Solaranlage erstmal schafft über 150 Watt zu kommen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich das ja wenn ich auf Arbeit bin zum Beispiel und dann sehe, dass die Anlage wie schon erwähnt über 150 Watt erreicht, ich dann händisch meine Funksteckdose, die ich da dran habe, aktivieren muss, damit halt meine sozusagen die Powerbank dann lädt. Übrigens die Powerbank hat 300 Watt. Das will ich jetzt ändern und zwar mit Shelly. Kurz noch mal zur Info, ich habe als ich die Anlage, also mein Balkonkraftwerk angebaut habe, mir eine extra Stromleitung zum Sicherungskasten legen lassen und habe dann in den Sicherungskasten diese kleine Shelly 1 PM installiert und somit kann ich jetzt da über die Shelly App auch meine ja mein Verbrauch beziehungsweise ablesen. Was ich kriege jetzt die Kiste nicht auf, was mein Balkonkraftwerk produziert. So wie dem auch sei, die beiden müssen dann kommunizieren miteinander, dass die Steckdose hier, dieses ist eine Shelly Plug-in S, die werden wir auch gleich gemeinsam einrichten, mit diesem Teil hier kommuniziert und wenn die feststellt, dass der hier über 150 Watt in die Leitung schweißt, dass die dann angeht und anfängt dann meine Powerbank zu laden. Wenn der Wert dann wieder unter 150 Watt fällt, soll die dann auch automatisch wieder ausgehen, damit ich nicht den Strom aus dem Netz brauche. Also so jetzt die Theorie. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Anlage jetzt, wir haben draußen Schnee ohne Ende und mein Balkonkraftwerk, zumindest die Paneele sind voller Schnee und da produziert die nicht ganz so viel. Außerdem würde er das auch blöd, weil ich sag mal so, wenn man die jetzt hier einpflegen und dann will ich sie testen und der Verbrauch geht immer höher, immer höher, brauche ich bis abends, bis der wieder runter geht. Deswegen habe ich eine kleine Testaufanlage, die quasi mein Balkonkraftwerk simulieren soll. Das sind zwei Lampen. Das zeige ich euch mal. Ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt hier mitmacht. Moment, so lasst euch jetzt mal nicht hier ein bisschen irritieren. Ich habe jetzt zwei Lampen. Die sollen jetzt wie gesagt meine Solaranlage simulieren. Ich habe hier schon eine Shelly Plug S dran. Die simuliert dann mein Shelly 1PM und ich hoffe, das funktioniert so. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch mal und richten jetzt diese Shelly ein hier in die App. Dafür verwende ich jetzt die Mobil App hier auf mein Macbook. Ich hoffe, das funktioniert so. Ansonsten muss ich auf mein Handy umswitchen. Jo, okay, dann wollen wir mal. So und hier ist auch die Oberfläche. Wir haben jetzt hier zwei Geräte drin. Alle beide Geräte anzeigen lassen. Dies hier, wir gehen hier mal auf mein Home. Das ist ein Testraum. Das ist diese Shelly Plus 1, die ich hier schon eingerichtet habe. Und da steht jetzt Test PV Anlage. Wenn ich jetzt die Lampen an mache, simuliert also jetzt diese Anlage quasi meine PV Anlage und würde jetzt mir sozusagen jetzt hier 10,9 Watt einspeisen. Ich werde die jetzt in die Steckdose stecken und dann werden wir sie gemeinsam einrichten. Ich gehe jetzt übrigens davon aus, dass ihr jetzt schon Shelly Anwender seid und dass ihr natürlich auch die App hier habt. So, ich stecke die jetzt rein. Der Ring leuchtet blau. Wir wollen jetzt hier ein neues Gerät hinzufügen. Wir gehen mal wieder auf das Dashboard hier. Wir wollen jetzt also ein neues Gerät hier einfügen. Wir gehen auf und fügen sie ein neues Gerät hinzu. Wir nehmen WLAN Scan. Weiter. Das ist eine Shelly Plus S. Weiter. Ah, hier müsste dann euer Netzwerk rein. Okay, wie ich mir schon gedacht habe, das funktioniert nicht mit der App hier auf dem Mac. Aber wir machen das jetzt mal über das Telefon. Ich bin das auch gleich ein. Also wir gehen auf Gerät hinzufügen. Ein neues Gerät. Also hier das selbe in grün. Wir können Bluetooth machen. Ja, wir machen das mal über Bluetooth. Wir versuchen es zumindest Shady Black S Gerät. Hier haben wir ein neues Gerät, soll das sein. Weiter. Und weiter. So, jetzt könnt ihr natürlich nicht sehen, wie das blinkt da. Das blinkt immer noch rot. Äh, Quatsch, blau. Normalerweise hätte ich jetzt mit denen da gefilmt. Aber jetzt blinkt es rot. Das blinkt immer noch rot. Rot. Gerätezugriff. Okay, da haben wir es auch schon. Wir nehmen mal das Gerät. So, dann heißen jetzt. Ja. Einfach nur. Test. Stick. Dose. Fertig. Bild. Lass mal so. Machen weiter. Wir nehmen den Testraum. Speichern. Gerät wird gekoppelt. Und wir warten noch auf eine ausstehende Verbindung. Okay. Wir können jetzt mal hier gucken, ob die hier schon drinnen ist. Dashboard. Neu zu Hause. Jo, sie ist drinnen. Perfekt. So, sie ist drinnen. Ich aktiviere die jetzt mal. Da leuchtet ihr grün. Wunderbar. In Ordnung. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Denn wir wollen ja jetzt, dass diese Anlage bzw. dass diese Steckdose mit unserem Balkonkraftwerk, also unsere Test-BV-Anlage kommuniziert. Und dafür erstellen wir eine Szene. Okay. Wir geben jetzt eine Szene hinzu. Wir nehmen das einfach Test01. Weiter. Wir wählen jetzt einen Raum. Weiter. Wir nehmen jetzt eine Bedingung. Und bei der Bedingung ist das so, dass wir jetzt hier erstmal den Raum aussuchen. Und zwar Testraum. Normalerweise würde jetzt PV-Anlage nehmen. Suchen uns jetzt das Gerät. Wir nehmen jetzt nicht die Steckdose, sondern PV-Anlage. Jetzt Energieverbrauch. Und jetzt wollen wir ja, dass dann diese Shelly angeht. Wenn wir normalerweise mehr als 150 Watt ein oder wenn wir 150 Watt an der Anlage geschafft haben. Hier werden wir das nicht schaffen. Deswegen geben wir hier nur 5 Watt ein. Bei unserem Testversuch jetzt hier. Was habe ich falsch gemacht? Energieverbrauch. Und Geld ist vermisst. Bitte filmen Sie. Achso, ich muss ja. Sorry. Jetzt aber. Wenn mehr als 5 Watt. Also wenn mehr als 5 Watt. Dann. Das hier bleibt alles so. Speichern. So, das haben wir. Ja, das kann man wegmachen. Das war gerade ein Fehl von mir. Weiter. Machen. Welche Aktion soll dann ausgeführt werden? Wir wählen jetzt wieder das Gerät und zwar Testraum. Diesmal nehmen wir wieder unsere Steckdose. Teststeckdose. Und sagen hier, dass das Gerät einfach eingeschaltet wird. Und wir speichern. Fertig. Hier können wir noch die Wochentage eingeben und Szene aktivieren. Wird gespeichert. Gut. Jetzt müssten wir nämlich noch eine Szene erstellen. Ich habe versucht, in einer Szene das Ein- und Ausschalten zu machen. Das funktioniert aber so nicht. Zumindest nicht bei mir. Wenn einer eine Lösung hat. Keine Ahnung. Deswegen erstelle ich jetzt noch eine Szene. Und zwar wo er dann die Steckdose sich ausschalten soll. Wir nehmen das jetzt Test02. Das Bild lassen wir wieder. Wir nehmen wieder unseren Testraum. Weiter. Wenn die Bedingungen hinzufügen. Diesmal nehmen wir auch wieder den Testraum. Und nehmen die Test-BV-Anlage. Gehen wieder auf Energieverbrauch. Und sagen hier weniger als 2,5 Watt. Ich hoffe, der macht das mit den Komma. Speichern. Gut. Wie gesagt, hier könnte man noch eine Bedingung, wenn noch irgendwie was anderes ist. Aber es geht nicht beim Ausschalten. So, also weiter. Welche Aktion soll jetzt diese Szene machen? Wir nutzen jetzt wieder hier Testraum. Wir nehmen unsere Test-Steckdose. Und wir wollen, dass das Gerät sich ausschaltet. Speichern. Und wir weiter. Das soll auch die ganze Woche lang laufen. Und zack. Aus. So, wir haben jetzt hier unsere Szenen. Stehen Test01 zum Einschalten. Test02 zum Ausschalten. So, wir haben ja gesagt, dass diese diese Shelly angehen soll. Wenn wir jetzt 5 Watt erreichen. Ich glaube, mit denen schaffen wir das nicht. Ne. Deswegen stöpsel ich jetzt hier noch eine zweite Lampe hinzu. Und die Shelly geht an. Jetzt würde also quasi unser der Strom aus dem Balkonkraftwerk in unsere Powerbank fließen. Und wenn jetzt natürlich die Sonne abnimmt, ja. Dann wollen wir ja auch, dass wir nicht den Strom aus dem Netz beziehen. Mal sehen, ob ich das hier schon hin kriege. Und bei 2,5 Watt. Ja, das funktioniert nicht. Also ziehen wir jetzt den Stecker wieder. Und bei 2,5 Watt. Soll die ja wieder ausgehen. Und aus ist. Ja, so funktioniert das. Eigentlich ganz simpel. Ist nur komisch, dass man nicht das Ein- und Ausschalten in einer Szene hinbekommt. Zumindest ich habe es nicht hinbekommen, wenn ich zu doof dafür bin. Und ihr wisst, wie das funktioniert. Dann ja, schreibt es mal in die Kommentare und ich probiere das mal aus. Andererseits habe ich, ich habe es nur hingekriegt, indem ich 2 Szenen schreiben musste. So viel jetzt hier mit diesem Video. Und wenn euch natürlich das Video hier informativ war, gebt einen Daumen nach oben. Würde ich mich darüber freuen. Und ansonsten würde ich jetzt erst mal sagen, sind wir durch mit dem Video. Und ich sage, Leute, macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Also dann, ciao.